Na, du diesmal. Okay. So, wir müssen noch fortsetzen gehen. Okay. Auf geht's. Oh nein, 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 nein. Jups, sehe ich auch. Das war jetzt echt schwierig. Komm, schwammel weiter, Mann. Nee. Diese blauen Dinger machen immer schneller. Da bin ich schon wieder weg. Nein, klatschen. Boah, das ist echt bitter. Das Ecke ist echt bitter. Da müssen wir ja fix durch. Nicht immer da drauf drücken. Ich sehe da nicht mehr, wo ich langfliege. Ja, jetzt bin ich weg. Ja, drück doch da oben drauf oder so. Oder da unten, das ist auch in Ordnung. Kleine Schwabbelchen. Ja, ich bin weg. Ich bin nicht weg. Doch, ich bin weg. Oh Mann. Doch, guck dich doch mal an. Ja, wie soll das denn gehen da jetzt mal ernsthaft? Das ist ja... Was sind das eigentlich für Tiere? Sind das fliegende Igel oder was? Kleine Schwabbeldinger da. Nehm. Plopp, plopp. So, und wie soll das gehen richtig? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch scheiße. Was soll das? Nein. Ich bin hängen geblieben. Oh. Ich auch. Da oben ist noch eins. Nimm das mit. Das macht mich... Das macht dich schneller. Das macht mich nicht schneller da oben das Ding. Nur diese mit den Pfeilen drauf. Du bist direkt weg. Nein. Jetzt. Ich kam noch ein bisschen hinterher. Was macht das? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß doch was. Plopp, bin ich wieder weg. Das macht so keinen Spaß. Ich will ein anderes Level. Ja, da kann ich doch jetzt nichts. Ja, mach mal das nächste. Wir müssen das jetzt spielen. Mach mal das nächste. Ich glaube, wir müssen uns das... Klar, jetzt bin ich dabei und du nicht. Jetzt hast du es bestimmt. Ja, das war... Ja. Das wird langsamer, wenn du das nimmst. Merkst du das? Jetzt... So einfach ist das. Da oben bitte mitnehmen. Danke. Das mitnehmen, danke. Und ich bin platt. Ja, ist klar. Ich rette dir das Leben. Jetzt geht es wieder auf die Fresse hier. Boing. Dafür bin ich wieder dabei. Auf geht's. Komm, Schatzi, weiter geht's. Nein. Du bist so fett. Ja. Geh mal abnehmen. Freundchen. Ich glaube, da war im Hintergrund gerade das YouTube-Video. Nein, scheiße. Wir müssen auch heute Dinger oben abholen. Ganz wichtig. Wir müssen da runter auf den Fiete. So, hier ganz nach oben. Da. Genau. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, das funktioniert dann auch nicht. Wir brauchen, glaube ich, mindestens eins. Genau. Einer muss durch. Einer muss durch. Das war gut. Und jetzt beim nächsten Mal... Ich hab mein Leben für dich gegeben. Da bist du wieder. Gas. Zack, bin ich wieder weg. Dann musst du reagieren. Du musst leben. Ich lebe. Ich lebe. Nein! Du darfst jetzt nicht sterben. Nein, scheiße. Ja. Damn. Schafft. Läuft doch. Bin ich jetzt wieder dabei? Du bist jetzt wieder dabei. Neues Level. Okay, gut. Und go. Boah. Was ist das denn für eine scheiße? Ich glaube, wir kleben damit fest. Und ich bin schon wieder weg. Klopp. Da bist du. Good God. Ja, witzig. Wo soll ich denn hin? Ich hab das Trüpfchen. Trüpfchen vor allem. Oh. Das ist ja richtig kacke. Ich will das nicht. Das, das. Ja, warum schleimst du sie? Jetzt ist... Oh, nein. Wie soll man denn da durch? Das ist ja richtig scheiße. Der muss so das anheben und dann langrollen quasi. Ja. Genau. Und auf geht's. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich bin gut. Sauber. Ups. Da musst du aber echt zusammenbleiben, ne? Ja, ich bin weg. Ach, da oben bin ich wieder. Du bist so achtmal da. Jetzt bist du häufiger da als ich. Ja. Ich bin aber auch häufiger gleich tot. Was soll das? Was für eine scheiße, ey. Danke. Oh oh. Nein. Jawohl. Sauber. Da unten durch. Du musst da unten durch. Da werde ich getötet. Nein. Guck mal, da sind doch die Kugeln. Die mit den Zacken da. Solche sind da. Da musst du hier drücken. Wir brauchen halt mehrere. Wir kleben halt alle aneinander. Oh, scheiße. Oh. Guck mal, wir kleben aneinander. Wie sieht das aus? Wie kack ist das denn? Nein. Ups. Warum werden wir denn da so dick? Weil es dann schwieriger wird. Aber wir kommen doch so nicht dahin. Ach, sind wir doof. Das war gerade die gleiche Stelle und wir nehmen nochmal die blöden Pilze da. Ja, aber die müssen wir nehmen. Die fliegen automatisch an uns dran. Und jetzt? Da kommen wir durch. Da kommen wir durch. Wir müssen dann nur schnell genug Gas geben. So. Scheiße. Okay, wir müssen direkt hoch. Direkt hoch. Nicht fallen lassen. Oh. Durch da. Scheiße, jetzt haben wir uns gegenseitig blockiert. Durch. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht vorwärts mit dem dicken Moppe da. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ach, Mann. Wie soll das denn gehen? Roll weiter jetzt. Ich kann nicht. Ich kann noch nicht. Weiter. Eigentlich müsste das gerade so funktionieren. Ja. Zumindest sind sie noch machen. Und Freunde. Mach, 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 mach du die Kalle. Nee. Da ist ein Weg geflogen. Jawohl. Sehr geil. Das hat gepasst. Oh mein Gott. Hallo. Jawohl. Sauber. Weiter geht's. Funktioniert doch. Ja, endlich. Ich hab da keinen Bock mehr. Jetzt müsste wieder Werbung kommen. Ja, Werbung. Tschüss. Schade. Bis zum nächsten Mal.